Das war knapp. Was geschieht? Die Löschung hat gestoppt. Scheint, als hätte Ankius uns gerettet. Ja, und ihr habt uns alle fast ausladen. Diese Trainer mit roter Kleidung hat das Buchstaben Bockmann zu früh befreit. Wir konnten das Bockmann nicht fertigstellen. Sie ist schuld. Ihr hättet gar nicht erst versuchen dürfen, Bockmann zu erschaffen. Hm. Vermutlich hast du recht. Ich denke, wir werden uns neu orientieren, neue Planlutzung. Was denn zum Beispiel? Vielleicht vereinigen wir uns mit Team Rocket und züchten Urmeln. Haha. Urmeln im Eis. Sofern das jetzt nicht aus der Erschaffung von Buchmann wird. Sofern das jetzt nicht aus der Erschaffung von Buchmann wird. Nein, das ist okay. Geht Urmeln züchten. Okay. Gehen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, hier kann man hoch. Hier kann man jetzt hier. Und raus aus der Siegesstraße. Und dann kamen wir da her. In Verwürz. Ich glaube, Schutz. Jetzt. Da ist ein bisschen hoch. Ja, das ist sicher. Ich erinnere mich. Den müssten wir jetzt durch das Loch oben. Oder auch nicht. Ah, Ende kommt Platz. Hier kommen wir zu Hause. Da wurde die Bockmann wieder vorstanden. Zum Schockzweifel. So, Buchmann, ja. Ich komme. Keine spezielle Musik. Top 4. Hallo. Buchmann heilen. Ding nötig. Hier ein Buchmann sind Top 4. Ich habe Ampius einfach im Team. Ist vielleicht nicht schlecht. Ob man der üble Attacken hat. Eigentlich auch nicht wirklich was kann. Was solls. Wollen wir noch was kaufen oder so. Ein paar Übertränke bräuchte ich noch. Bei Waliba würde ich noch kaufen. Ah, wieder nur 5. Das ist ja super. Okay. Ich hoffe, das ist recht für die Top 4. Hier. So, ich würde mal schnell speichern hier. Bevor wir die Top 4 betreten, sollte man immer speichern. Na dann. Soll es gleich losgehen. Betreten wir die Top 4 und bekämpfen die 4 stärksten Trainer dieser Region. Mal schauen, wie das wird. Auf geht's. Auf geht's. Achtung. Hinter mir liegt die Top 4. Wenn du einmal hindurch gehst, gibt es keinen Weg zurück. Auf geht's. Ich bin aber den ersten. Der Top 4. Einfach so gehen können wir nicht. Schade. Baumann schreitet zur Tat. Äh, was? Oh. Entschuldige, ich habe gerade meinen Text für den nächsten ASDF Movie geübt. Fantastisch. Da bist du ein Baum, Mann. Guck dich hier nur mal rum. Das ist so schön grün. Mich lieben Pflanzen einfach. Deswegen bin ich der Baum, Mann. Und nun lass uns kämpfen. Meine Pflanzenpumpen werden dich in den Boden stampfen. Äh. Ja, Feuerpumpen und so. Habe ich jetzt nicht wirklich mit. Was auch nur, Herrg. Aber der Mann, der kann ja nichts. Schadepumpen. Vielleicht. Ja. Level 35. Easy. Und das ist das Level der Pokémon ist. Kriegen wir das hin? Beide schlafen. Na, sehr toll. Könnt ihr so fahren. Ja, ich habe es schon befürchtet und einen Hofwecker eingesteckt. So, besiegen wir die Parasig endlich. Nice. So, na komm. Stärke nochmal. So, besiegt's. So, zweites Pokémon besiegt's. Let's Player grunzig. Achso, das ist ein YouTuber. Der in der Top 4 ist. Interessant. Schadepumpen. Gefängst du mal. Gefängst du dabei. Jedenfalls. Man hier. So nachstrahlen. Oha. Ähm. Achso. Achso. Kannst zwar nichts. Aber was soll es. Müsst immer noch. 10 Level drüber. Bissaflor. Wunderschön. Ah. Wunderschön. Jetzt steht das. Ahhhh. Und es heiz sich. Wach auf. Wir haben einen Hyperhäler. So. So, was? Das nächste Pokémon. Kapalorus. Oh nein, das kann Schädelbomben. Oder nicht? Da kann ich daneben gehen, sind natürlich hier ganz schön rot. So, er ist ein Trainer besiegt. Das war ja gar nicht so schwer. Nein, du hast den Zweig zerbrochen. Wie kannst du nur? Das Schöne aus meinem Raum, bevor ich die Fassung verliere. Erstmal müssen wir... 5 Belieber habe ich. Übertrank. Und einmal speichern. So muss das. Und weiter. Ein Anton. Wow, ein Anton. Bist du mein nächster Gegner? Erstens nein, zweitens hier. Hä? Ich bin kein Anton. Wir hatten bloß nicht die passenden Sprites. Und ja, ich bin dein nächster Gegner. Lass uns anfangen. Ah ja. Victor schickt Ginga in den Kampf. Aha. Ich kenne, was es bald gab. Zwirfel ist. Wahrscheinlich auch mit Spayer. Ich kenne, was hier eingebaut wurde. So, weggespült. Das hat einfach einen großen Schaden. Sehr effektiv. Fantastisch. Da haben wir 3. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein 3er. Zwei. Oh, ein Chigi. Nee. Lass ich mal mit Schädelwummer. Level 5. Chigi Level 5. Bitte was? Unter viel Kampf. Kein Anton kann mich besiegen. Ah, ich bin kein Anton. Cool. Er hat eine Anspielung vielleicht. Ähm. Einmal einen Übertrank. Das hat uns wirklich keine Energie gekostet. Überschnell durch. Der Nächste bitte. Ui. Endlich eine Herausforderung. Ich dachte schon, es kommt nie einer. Du bist vermutlich der erste Trainer, der alle 8 Ohren gewonnen hat. Mit Ausnahmen für ich von dir. Ich denke, ich habe 9 Ohren. Lass uns sehen, ob ein 8 Ohren Träger ein 9 Ohren Träger besiegen kann. Da bin ich mir sicher. Schickt die 2. Schickt die 2. Schickt die 2. Gar kein Problem. Alle weggespielt. Da war ein anderer Taktor. Wasserdach ist nicht so gut mit Wasser zu besiegen. Ero-Dach-Tür. He, ein weibliches Ero-Dach-Tür. Das ist ein Schleifer. Und es besiegt. Ein Simsoner. Das war unerwartet. Ich hätte gewinnen müssen. Ich will eine Revanche. Aber nicht jetzt. Ich will erstmal die Liga schaffen. Okay, da haben wir den dritten besiegt. Das geht leichter als gedacht. Ich habe meinen Beutel greifen. Hübertrank. Haben wir noch einen Trank irgendwie dabei oder so? Da will ich jetzt keinen Hübertrank für ausgeben. So, du hast es ein bisschen geschafft. Bei viel Leistung. Doch nun ist dein Siegessträhne vorbei. Du erwartest, dass ich verliere? Nein, ich erwarte, dass du zugrunde gehst. Wahahaha. Gern. Nachttarafarm. Nachttarafarm. Scheinig Abbaas. Schuhe konzern im Kampf. Kein Problem für mich. Kein Problem für meinen Level 52 Toten. Wir hauen uns hier durch. Richtig, doch wir. Haben wir gleich geschafft. Seht Scherock-Cats nicht lang aus. Scherocks. Easy. Sagt er. Kommt in den Podium. Aber das ist, glaube ich, keine so große Herausforderung. Ja, das kriegen auch mal ein paar Schläge hin. Oh, es schläft ein Hals wieder. Verdammt. Verdammt. Ich hoffe, ich habe auch noch zwei. Verdammt. Die AP gehen alle. Das könnte Kutsch schämpfen nach hinein, alter Kampf. Verdammt. Es hält sich immer wieder. Ich hoffe, dich zu heilen. Meine Attacken-Mute gehen alle. So, besiegt endlich. Nächstes Brückmann. Meine Zone. Dass ich es immer mit Nass schweifen. Um meine Sofa-Attacken zu verbraten. Sehr schön. Für meinen Start-Starter-Mute. Keine Würde. So, was hast du noch? Na, Tara. Natürlich so. Sein jetzt ist der Signal-Shop-Op-Mann. Oh, viel für KP unter 50. Und selbst wenn die KP auf 0 sinkt, du wirst mich nicht besiegen. Ich hoffe, ich bin selbst verletzt. Oder was? Daneben. Das ist nicht so was. Finte. Ach, komm schon. Totok. Was ist auf einmal los? Schutzschild. Ich bin verwirrt, hast du schweif. Na, komm. Item. Das führt hier ganzer zur Herausforderung. Daneben. Verdammt. Äh, Surfer. Jetzt braun, aber jetzt ist die Surfer-Attacke. Ich kann jederzeit Regeln erinnern. Aha, mein Nachtrachter ist unsterblich. Nachtrachter sitzt im Mondschein. Etwas? Das ist unfair. Schumler. Jetzt habe ich noch eine Attacke. Ich kann nichts anderes einsetzen, außer Stärke. Und wir müssen den besiegen. Er schummelt. Nach Tarsis Mondschein ein. Ey. Ich besiege dich auch vier oder fünf Mal. Meine Flasser. Hör auf zu schummeln. Verdammter Cheater. Ja, es ist kein Problem. Ich kriege dich auch ein vier zum fünfmal besiegt. Lächter Zeit. Das dauert alles viel zu lange. Ich bestäunige das jetzt mal ein wenig. Viel Spaß mit meinem Level 255. Ach, da war. What the fuck? Hier war wohl's nope. Stunden später. Mit drei AP. Wollen wir das denn gekriegen? Das ist ein entsichlich der Sieg-Attacke. Ich habe verloren. Das ist jetzt schon bei den Zeilen. Da haben wir keine... ...Zutok-Gedchen-Attacken mehr. Ich kann nur noch zwei veransetzen. ...zutok-Gedchen-Attacken mehr. ...zutok-Gedchen-Attacken mehr. Ich kann es nicht lange überstehen. Wenn du eine Attacke hinsetzt. Ich kann es noch mal versuchen. Ich glaube, die sind immer noch mit dabei. Ich glaube, das soll so sein, dass der hier... Der soll uns besiegen. Hoffentlich. Ich kämpfe mit allen, bitte. Ja, da bin ich hoffnungslos. Das ist ja mit 255. Also. Daneben. Zerschneider. Du verdammter Cheater. Niemand kann es mit mir aufnehmen. Ein Augenblick. Ein Augenblick. Nötiger Höhepunkt in diesem Spiel. Irgendwie muss ich das Plot... Ich muss das Plot doch auflösen. Folg ihm. Jetzt wird auch eine Benzei behaftet. Ja. Was ist denn dir passiert? Hat er sich und die Polizisten gelöscht? Nein, nur die Polizisten, als ob ich mich von denen aufhalten lasse. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast, bist du hier in der Rumbeshalle. Und da du mich jedoch nicht besiegt hast, ich habe dich drei oder viermal besiegt. Du brauchst du dich nicht eintragen. Ich werde dich deshalb nach Knoblauchheim deportieren, bevor du irgendein Mist anstehst. Halt! Stehen bleiben! Lass mich los! Ich nösch dich, wenn du mich nicht nur lässt. Krieg du lieben. So tragen wird es ein. Ich habe zwar nicht gewonnen, doch habe ich. Aber ich trage mich trotzdem ein. Scheiniger bei uns kann ich mal. Damatotok, Level 52. O.T. Michael. Arceus, Level 40. Von Zweigen. Taubsi. Level 14 von Michael. Und Schneepiker, der beste. Level 7 von Michael. Und Lomander. Von Michael. Und Lomander. Zweig. Da ist die ID. Zeit acht, nur acht Stunden, zwei Minuten und elf Sekunden. Feuergrüne Edition. Aber die Credits Haben wir das durchgespielt, das Spiel? Das glaube ich ja fast nicht Ich weiß, dass noch eine Sache mit Ray Quaser auf der Spitze Ich habe viel geschafft Das machen wir noch Haben hier erstmal die Credits Das ist ein wundervolles Spiel Nur wegen Und seine Wundervolles Spiel Aufgenommen und beendet Sehr schön hier Und Sektionsbau Absente jährlich Ich habe nur gegeben Vielen Dank für diese tollen Sprechmisschen Von Channel und Hey You Wie könnt ihr schon was habt ihr euch gedacht So was zum Ecker Ich würde dir bei allem was bei euch Die Pellets sind ja großartig Willkommen zurück in Knoblauchheim Gleich mal speichern So dann gucken wir mal Was wir hier noch machen können So jetzt mal medien Kommt wohl die fängt ein bisschen aus Okay das war wahrscheinlich nötig So nun Jetzt müssen wir noch zum Ray Quaser hoch Und das dann Schade, Gewe ist nie daheim Seitdem er sich um seinen Kugradkomman muss Die Großhauter können wir nochmal besuchen Jetzt wird es wirklich nicht mehr Okay Guck mal Ich bin ein Pokémon Eiche 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 Ich bin Eichmon Nein halt, Moment Eigentlich bin ich jetzt Wo kommt dieses I auf einmal her? Wo kommt dieses I auf einmal her? Das habe ich dir zurückgebracht Professor Alzheimer Bitte ich habe mehr Steine als du Okay Hier kommen wir auch nicht weiter So wie soll man fliegen? Wo war der Berg auf dem sich der Das Ding ist das das Ray Quaser befindet hat Das gab es auf jeden Fall noch zu machen Was ist hier ein Seeblatt City oder Ich weiß, dass ein Seeblatt City einen Berg gehabt Was hier mit Port Pro Sank Bestimmt nicht Mega Groß City war es bestimmt auch nicht Ich würde mal nach Sieblatt zu fliegen Irgendwo war noch die Bergspitze Wo wir den Ray Quaser gefunden haben Mit die Ohren heilen Ich weiß nicht, was ist das? Könnte sein Mal schauen Null hier ist der Abgaste Und dies ist es nicht Hm Tja, also Nicht dieses Gebirge Suchen wir jetzt alle Städte ab und Nach und nach wo das Gebirge ist Die letzte Stadt die wir nach suchen müssen Was ist es dann? Hier gibt es ein Gebirge Das könnte möglich sein Mont-Casmin-Tunnel Naja, ich glaube, war das nicht das Irgendwo an der Spitze des Mont-Casmin-Tunnels Den Ray Quaser hatten Ein paar Torschets haben wir noch Was für der Scheinwerfer-Typ Sind wir zwischendurch mal zufällig Aufgestoßen Verdammt Jetzt wird sie verkracht Jetzt wird sie verkracht Jetzt wird sie verkracht Die Städte Wird ich zum Hänge kommen oder durch? so wurde ich die beruf muss auch von anderen seite kommen Negro, was sieht hier aus? Super, ich weiß nicht, ob ich das Rohr und Glas betreten will. Hier ist eine Hülle. Können wir da den Eingang nutzen? Hier ist der andere Eingang. Mit Steilgeritzeln habe ich es nicht so. Ich glaube, da laufe ich im Kreis. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht so ist. Und dann Steilgeritzel und ein Item. Ein super Tank. Hm. Jetzt hoch. Ja, wir wollen schließlich hoch. Setz den letzten Schutz ein. Und danach wird es nervig. Mont-Kesmi-Gipfel, ja genau hier. Hier sind wir. Hier wollen wir hin. Jetzt haben wir das Großreik Quasa. Was ist das für ein Geräusch? Da startet ein Server. Wo bin ich? Oh, hallo Zwergi. Ähm, Maike, hinter dir. Lieber Drache. Oh nein. Nein. Okay, langsam. Ganz langsam. Nein. Soll das das Ende von Maike sein. Ich hau lieber ab. Okay. Jetzt haben wir noch gesehen, wie Maike stirbt. Ripp, Maike. Hier. Ja. Das muss ich in Zusatz für die Sequenz. Ähm. Ansonsten weiß ich nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen. Ich denke, das war so das letzte von dem Spiel. Bis wir in der After Story noch sehen könnten. Tja. Dann würde ich mal sagen. Was ist das mit Pokémon Fire Crew? Bis da nicht noch was gibt's? Lange genug haben wir's gespielt. Ein lustiges Spiel. Joa. Müsste auch mal sein. So ein Pokémon Spiel. So ein kleines, ja. Hm. Viel Insider Gags. So eine kleine Parodie. Jetzt haben wir schon Pokémon Uranium gespielt. Pokémon. Pokémon Vollgrün haben wir gespielt. Mal schauen, was der nächste Hack wird. In dieser Spiegel. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Wunder mich nach oben. Sodass es gefallen haben. Lassen ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Pokémon Projekt wieder. Vielleicht auch in einem offiziellen Internet-Spiel. Pokémon. Pokémon. Ähm. Pokémon. Wie viele Generationen gemacht. Muss ja auch noch mal. Muss auch irgendwann mal weiter gespielt werden. Joa. Na dann. Musik. 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 Musik.